Und leg los Fabi. Passionsfrucht Currysoße. Mango Ananas Currysoße. Currysoße Spezial. Pflaumen Senf Chutney. Wilderer Soße mit Champignons. Würzig scharfe Soße. Fruchtig mild. Pflaumig mild. Ja, Ralapeño scharf. Jimmy's Barbecue mit Jim Beam. Oder Brat Apfel. Eventuell noch weitere, was ist das bitte schön. Apfel Currysoße. Andalusisch. Erdnusssoße. Lüttischer Soße. Samurai Soße. Senf Soße. Currysoße Belgisch. Oh, Rotwein Soße. Bikante Soße. Champignons Soße. Bombay Soße. Fruchtig süße Soße. Pfifferling Soße. Reiselbeer Soße. Curry Soße mit verschiedenen Schärfegraden. Sehr, sehr, sehr gut. Barbecue Soße, sehr geil. Mango Papaya Soße. Jetzt wird's politisch. Wie Chili. Barbecue Soße. Guacamole. Champagner Schaum. Oh, Art des Hauses. Oh, Casa de la Casa. Schallschick Soße mit Nieren. Hellerbiersoße. Das wird's besser. American Style. Oh, für mich die Westerwälder Soße. Tippi Toppi. Soße Provinzial. Wild Breiselbeer Soße. Curry Mango Soße. Curry Breiselbeer Soße. Klassische Tomaten Curry Soße. Curry Ketchup mit Peperoni und Pfeffer grob. Sweet Chili Cheese Soße. Sansibar Soße. Schoko Chili Soße. Curry Ananas Soße. Ländersoßen. Oh, Chili Con Curry Wurst. Highway to Hell. Geile Scheiße. Curry Soße Klassik. Weinkurri Soße. Paprika Curry Soße. Delikate Soße. Tomaten Soße. Knoblauch Soße. Knoblauch Soße. Schaschlik Soße. Sweet and Spicy. Oh, Fleisch Soße und Whisky Zwiebeln. Försters Soße. Schweizer Soße mit Käse und Knödelwürfel. Genial. Blaubeer Barbecue Soße. Hexen Soße. Curry Mango Soße. Jörgis Rache. Jägersoße. Mexican Style. Hungerische Art. Hawaii Style. Schaschlik Soße. Dann nehme ich die Bolognese Soße. Finde ich auch besser. Superscharfe Chili Soße. Und ganz viele andere Curry Soßen. Könnten wir eigentlich schon so stehen lassen. Food Store Curry Soße. Chili Cheese Soße. Mexican Chili Soße. Thai Curry Soße. Kids Soße. Oh mein Gott, die haben Kinder verarbeitet. Amerika. Rahm Soße mit Champignons. Mango Soße mit Kokosraspen. Whisky Honig. Uh, äh, 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 äh. Satei Erdnuss Soße. Salsa Soße. Tomaten Soße mit Grautsalat und Oliven. Samurai Soße. Analusische Soße. Karamba Soße. Oh, ich nehme die Apfel Curry Soße. Oregano Tomaten Soße. Matras Curry Soße pikant. Oh, aber pikant. Zwei Festival Teller. Ne, vergiss es einfach. Äh, Käse Soße. Oh, Braten Soße. Barbecue Soße. Bier Soße, die nehmen wir. Die nehmen wir. Aiva Curry Soße. Honig Chili Soße. Spinat Soße. Schoko Chili Soße. Curry Hawaii Soße. Oh, Schoko Minz Soße. Curry Minz. Oh, Curry Minz, stimmt. Schakalaka. Schakalaka. Amerikanische Art. Berliner Art. Oh, oder doch die Black Mamba Soße. Chinesische Art. Moskau. Deutschland. Diavolo höllisch scharf. Insas Art. Golden Eye. Hawaii Art. Holländische Art. Indische Art. Italienische Art. Jetzt sind wir überhaupt da durch. Jäger Art. Mexikanische Art. Ostfriesen Art. Schweizer Art. Scherienteller mit Soße nach Wahl. Oder der Winterzauber. Coca Cola mit Barbecue Soße. Keller Bier Soße. Salsiki Soße. Lucky Luke. Schlinkel. 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 Wikinger Art. Captain Dauberg. Schwarze Ritter. Hamburger Kids. Old School. Blub. Good Vibration. Barbaric. Twilight Zone. Exotic. Troublemaker. Chutney Curry. Oh, 15 verschiedene Schärfe gerade. Nicht schlecht. Rote Beete Himbeersauce. Weiße Käsesauce. Apfelspeck Zwiebel Marmelade. Oh, ist aber sehr speziell. Tomaten Mango Curry. Thai Red Curry. Oh, Käsesauce. Classic Curry. Curry Thai Asia. Und jetzt Schokolade Chili. Oh, das ist cool. Wild Curry Soße mit Preiselbeeren. Preiselbeersampf. Noch mehr? Winterzauber. Es hört nicht auf, ne? 300 Stück. Nur 300. Klassische Curry Soße. Whisky Soße. Teufels Soße. Western Curry Wurst. Curry Mango. Bolognese. Curry Mild. Oh, und nochmal die Caramba Soße. Pusta Soße. Erdnuss Soße. Mh. Lütschischer Soße. Pilz Soße. Samurai. Mh. Mh. Ich sag immer Mh. 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 Also eigentlich alles, was sich von der Konsistenz in eine Wurst packen lässt. Genau. Vegetarisch und vegan natürlich auch. Logisch. Wir haben sogar eine Fisch Curry Wurst. Also ist ja auch Fleisch. Das stimmt. Mehr oder weniger. Die Extrawurst. Die Extrawurst. Die Extrawurst. Die haben wir immer freitags bei der Currywurst. Echt? Ja stimmt. Esst einfach so viele Würste wie ihr könnt. Ja. Holt euch einen Stempel bei allen Gastronomiebetrieben pro Wurst quasi einen Stempel und ihr könnt ganz coole Sachen gewinnen. Nämlich City Checks, die ihr direkt in Neuwied wieder loswerden könnt. Und bevor ihr euch einen Stempel holt, den ihr natürlich nicht mitnehmen dürft, weil der im Stand verbleibt, holt euch mal so ein kleines Zettelchen auf, das man stempeln kann. Das gibt's in der TI an teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt und an jedem Stand. Und im Übrigen, es muss auch nicht der Oberbauch gewinnen, es gibt ein Glückslos, das wird gezogen. Man kann also rein theoretisch auch mit nur einer verzehrten Currywurst teilnehmen. Ja? Glück für alle. Absolut.